Ich bin Katharina Neumann und ich betreibe hier in Cremmen die alte Lebkuchenfabrik, eine Pension und ein kleines Café. Die Dammstraße ist mein Lieblingsort, weil es einfach so viel Geschichte von Cremmen widerspiegelt. Man fühlt sich immer wie in einem kleinen Filmset in der Zeit zurückversetzt. Mit den alten Häuschen, der alten Fläscherei, den alten Gebäuden. Und die Störche sind ganz normalerweise sehr aktiv. Also man ist immer von vielen Störchen umgeben. Es ist immer lautes Geklapper und es ist einfach ein schöner Ort, wo man so ein bisschen in der Zeit zurückreisen kann. In der Reihe Mats zu Hause in Cremmen erzählen uns Menschen aus Cremmen, wo sie am liebsten sind. Wir besuchen die Orte, auch wenn es gerade regnet, und schreiben dann in der Mats in Oberhavel drüber. Wenn der ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020